Welcher Knopf? Ja, okay, ich nehm auf. Ey Leute, was geht? Hier sind eure Gamer-Owner-Hobbys, halt die Fresse, Philipp. Du merkst doch... Hör auf, Philipp. Was hat er gesagt? Okay, Tim, rede weiter. Ja, ein kurzes Info-Video zwischendurch, das ist sogar ein beabsichtigtes Info-Video mit ein bisschen Informationen darin sogar. Erstmal vielen Dank für das Feedback, der die das Feedback. Für die Feedback-Junge. Mhm. Wir haben das wirklich nicht erwartet, dass wir überhaupt eine Antwort kriegen. Und deswegen danke mal an dich, wenn du was hingeschrieben hast. Kostet. Danke. Also fühle ich angesprochen. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt Let's Plays machen. Wir haben schon ein paar Ideen. Und die Grundidee dahinter ist, dass wir mittwochs weiterhin unsere Commentaries machen wollen. Einfach so labern. Ohne Sinn und Grund. Halt mehr Comedy. Und dann dachte ich mir, wenn ich es hinbekomme, random in der Woche, meist aber denke ich mal sonntags, äh, Let's Play Part hochladen. Und wenn nicht sonntags, dann irgendwann anders in der Woche. Weil... Wenn du merkst, du schaffst das nicht, kannst du das ja mir einfach schicken oder so. Ja, in der Zeit hätte ich das auch hochladen können. Also das wäre nicht so. Ja, eben. Das ist eigentlich... Das ist schwach. Fick dich. Also... Abgesehen davon, dass wir jetzt immer noch natürlich alles planen müssen, weil ich ja in Berlin bin und Tim in Ökermünde und wir halt überall woanders sind, dass wir noch leichte Probleme natürlich haben, das immer alles zusammen zu machen. Leichte Probleme. Ja. Richtig lange auseinander. Ich meine, wir machen das schon so professionell über Skype, aber Let's Plays jetzt zusammen zu machen, wird echt schwer, weil wir auch nicht jeder die Ausfassung dafür haben. Aber wir haben schon ein paar Ideen und mal gucken, wie wir die umsetzen können. Aber... Auf jeden Fall erstmal wirklich danke, dass ihr überhaupt Kommentare gemacht habt. Und danke für die Abonnenten, die wir jetzt dazu gekriegt haben. Genau. Mir nichts, dir nichts von 107, von 106 auf 113. Ja, ich meine gut, wenn komische Kinder unsere Videos kopieren. Ja, hab... So ein Idiot. Aber... Ja, danke für die 113. Nur noch vier Abonnenten. Vier. Und dann... Vier. Jetzt musst du das so einblenden. F-I-E-A. Ja, schreib was mit V. Nein, mit Y. V-Y-A. Ja. Ja. Gamerone. Gamerone. Bobby. Wuhuuu. Ähm, ja. Tim will sich natürlich in dem höchst illegalen Shop von uns in Stettin äh, Counter-Strike. Egal. Global Offensive. Genau. Und, ähm, ja. Also, ich liste jetzt einfach mal auf, was unsere Ideen sind. Dann, äh, wäre eine Idee zum Beispiel, äh, von André und mir, dass wir in Minecraft aufnehmen, unsere Survival Map und wir würden auch richtig Survival machen, äh, mit bestimmten Regeln. Und dann würden wir uns einen eigenen Outpost bauen. Also wirklich mit Holz abbauen und so weiter. Und, ja. Wir würden die Serie starten. Ich guck, wie ich mich einbaue. Irgendwie. Wir würden da in die Serie wahrscheinlich nicht. Aber in andere Serien kannst du ja immer mit rein. Irgendwo muss ich mich einbauen. Und, äh, Philipp, ich rede. Philipp, ich rede. Und, ja, wie gesagt, dann würden wir versuchen da einen Outpost zu bauen. Und wir würden, denke ich mal, ein paar Folgen hochladen. Und je nachdem, wie es ankommt, werden wir das immer weitermachen oder das abbrechen. Ja. Das liegt halt an euch. Und dann, was wir jetzt gemacht haben, ist, äh, GTA, die B-B-B-Backflips-Session. André, du warst zu spät. Ja, äh, da haben wir lange aufgenommen. Also da kommt auch vieles. Vielleicht mache ich auch drei Videos pro Woche insgesamt. Ich guck mal, wie das läuft. Na, am besten nicht raushauen, bevor wir dann eine Woche später kein Video mehr haben. Nee, deswegen sag ich ja mal, gucken, wie es läuft. Äh, dann haben wir noch War Z aufgenommen. Und ich denke mal, das wäre jetzt erstmal alles, was wir vor Let's Plays aufgenommen haben. Aber dann wollen wir vielleicht, was wollten wir dann sonst noch so machen? Battlefield aufnehmen. Mit André. Äh, ja, und Philipp wird sich immer überall mit einbringen. Ja, also sobald der bei einem von uns mal ist, wird er halt natürlich dabei sein, so wie es geht. Aber das ist halt echt scheiße, weil er am Arsch wohnt und leider nicht die Ausrüstung hat. Beziehungsweise ein gutes Spiel. Nein, nächsten Monat. Nächsten Monat geht ja wieder die Motorrad-Saison für mich los. Ja, dann könntest du auch mal ein Wochenende hier rüberkommen, ne? Ja, genau. Na, aka, du kannst einen Unfall bauen. Ja, das kann ich nicht nur, das werde ich sogar machen. Aber ich werde dann auch mal öfter rüberkommen können über ein Wochenende. Ja, das wäre ganz nice. Aber auch wenn es ein ganzes Ende ist, das nehme ich in Kauf. Ja, ich, äh... Alles nur für YouTube. Ich würde auch sagen, äh, das reicht jetzt auch an Infovideo. Ja, genug Info. Das müssten eigentlich alle sein. Abonniert uns noch viermal und dann habt ihr unser super Video, äh... Ja, abonniert uns viermal. Also die Leute, die schon da sind, abonniert uns noch viermal. Ja, genau. Alle, bitte. Kostek, das ist ein Aufmerksam für dich. Das wäre schon, dann hätten wir 440 oder so, das wäre cool. Das wäre wirklich gut, das wäre okay. Ja. Ja, lass mal Kostek das machen, du. Der macht schon seine Profile. Der macht schon, ja. Ja, äh, alles klar. Kostek wird irgendwann unser Manager. Genau. Ja, das war's mit dem Infovideo. Ciao, bis zum nächsten Infovideo, Let's Play oder sogar Commentary. Jetzt haben wir mehr Auswahlmöglichkeiten. Ja. Warte, das war der falsche Knopf. Ciao. Ciao. YouTube. Ja.